Brinte Dani auf den Dächern. Draußen bleiben. Quarantänezone. Woher kennen wir das nur? Was ist das denn für einer? Der ist neu. Alter. So, einen hat man glaube ich noch nicht, ne? Da bin ich auch gar nicht. Munition ist immer gut. Okay. Kommst du hier rein? Ja. Schnell. Oh, oh, oh. Ganz schöner Flitzer hier. Oh, 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 oh. Okay, kurz noch die Lage checken. Okay. Alles okay. So eine moderne Welt mit Raumschiffen und die haben immer noch Flatscreens. Also so stinknormale Flatscreens. Okay. What the hell. Okay, okay. Nichts da. Und nach Hightown. Da nicht, wo ich sie da habe. Okay. Warum antwortet sie nicht? Wusel, wusel. 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 Ja, Munition haben wir genug. Anscheinend. Die UJC versammelt alle auf dem Hightown Square, um sie dort zu impfen Endlich kommen wir hier raus Aha Ist das so, ja? So, hier ist wo einer hingerannt Da geht es auch noch weiter Ja, ok Gehen wir mal hier gucken Oh, Kinderzimmer Vorsicherung, ok Ich höre das Boah, Gott Alter Erschreck mich doch nicht so Sag mal Der war stabil Wie morsch hier, das Ganze Frägt man sich, wie die überlebt haben, ne? Die Toten Ok War eine blöde Frage So, noch irgendwas, was war Was ist das? Sag's mir Was haben wir denn alles so? Ah ja, der Bauplan Geld machen Geld machen Geld machen Revolver Munition War nicht ziemlich viel Ok, pass auf, dann packen wir das weg Die Nahkampfwaffe ist eh viel besser Haben wir den Entschlüsseler mit Die können wir dann Vielleicht noch gut verkaufen Da kommt schon jemand raus Wer mich hier runterschmeißen will Ne Keinen wunderschönen guten Abend Hoppala, hoppala Wo, wo, wo? Wo, wo, wo Wo, wo, wo Eis, ey, ey Fiss auf, quiss auf Snowflip kvepen continuer oh oh iiii geht tot wie doof ah jetzt hat er mich verwandelt verdammt oi 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 und da wirklich ist die lage alles im griff hier waren wir auch noch nicht drin oder doch da waren wir drin nehmen wir mal hier rein hier ist nix ich könnte ein bisschen energy gebrauchen tatsächlich nö nur die frage wie es dir geht so achtung dunkler raum predestiniert für äh scarejumps wahrscheinlich kommt da einer rausgesprungen wer wo wo bist du ach da ah und da wo nicht verwandelt digger ey weg da schnell kaputt reden schnell da oben guck mal oh digger komm lieber runter wenn du dich da oben verwandelst komm ich nicht an mir an hat man den ausgequetscht ja so nachladen jetzt sollten wir uns aber verpissen dann schauen wir uns bei dir wieder hell da was gibt ja ich hab's gerade zu zeus gesagt vorhin ähm wär mal an der zeit aber aktuell ist sonntags nix mit mir anzufangen das ist ein bisschen schwierig ich muss erst ein paar sachen im griff kriegen damit ich wieder psychisch fit bin so können wir hier mal ein bisschen was basteln die ujc steht hier zur seite so erstmal verkaufen so ob man taui gibt das sogar weg damit weg damit was haben wir noch hier und mal wow 5753 so dann müssen wir mal kurz überlegen also wir sollten auf jeden fall hier ja es reicht der knüppel ist am wichtigsten irgendwie okay die unbefugte verwendung dieses druckes wird in ihrer arbeitsakte verwandt die ujc bedankt sich für ihre produktivität so what else also das ist nur blocken blocken sich gar nicht so eng block brecher bricht den arm eines angreifers wenn sie den nahkampf angriff eines officers blocken bitte verantwortungsvoll anwenden an visier modul upgrade erhöht die wahrscheinlichkeit eines gezielten genick bruchs nach einem combo abschluss ja kann man mal in betracht ziehen so das können wir noch aufrüsten sturmgewehr bauplan können wir eigentlich auch mal guck mal hier die knarre haben wir auch nicht gebaut macht auch wenig schaden das ding wäre schon cool kosten taui magazin 500 auch da können wir ein bisschen was machen machen wir haben wir mal ein sturmgewehr gut dann upgrade magazine upgrade so wieder da müsste man von a tablet am pc tauchen okay hast du irgendwie einen fehlten finger verletzt dass der buchstaben fehlen so jetzt können wir da noch mehr schaden anrichten das problem ist halt nur dann brauchen wir auch wieder mehr platz für munition ne tauschen ach man alles gut bei der hitze ist alles verziehen bei der hitze ist alles verziehen so das war es dann auch schon was können wir hier noch stabi upgrade zielsuchgeschosse ach ich vergesse immer den alternativen feuer modus den haben wir doch schon bei der knarre boah hier gehen geräusche ok auf jeden fall können wir jetzt die revolver monitor mitnehmen dafür haben wir jetzt platz und eigentlich müssten wir uns mal ein bisschen was in den nacken schießen auf deinen nacken kurz inventar checken ja da haben wir jetzt wirklich einiges am platz jetzt frage ich mich nur was für eine munition benutzen das ding hier 2 auch wir haben 20 schuss ist das die revolver munition cool da bin ich mal gespannt also viel schaden macht ihr nicht im vergleich zu hier ging es gar nicht weiter im vergleich zu schrotflinte das aber gnädig ja so bin ich ganz lieber kerl kein depo nix vor allem nix jetzt waren wir doch hier schon überall auf der ebene oder hat sich da was neues geöffnet als da eben komische viecher kamen schicker grill toffelino einen wunderschönen guten abend na alles gut bei dich ich glaube wir schaffen das heute guck mal rooftop da will ich doch hin standing on the rooftop shouting out ja da hat jemand geblutet da geht es doch gar nicht höher oder weiter bin ich doof guck mal da könnte man hin irgendwie ach guck mal ach nee das war doch der raum da ging es aber nicht woanders raus oder ah ne leiter da steht sie und sagt nix gibt ja gar nicht ja alles gut bei mir aber eben noch bluten oh blutspannend geil ja ich glaube wir könnten das spiel heute fertig schaffen ja ich glaube wir könnten das spiel heute fertig schaffen jetzt und danach noch der turm und den turm haben wir gesehen als da ist der turm das könnte eventuell dann der schluss sein im osten gibt es nichts nichts und nichts ehrlich nicht mal geld oder kekse für den kreislauf gar nichts also hier ich weiß nicht wie es aktuell ist aber früher waren es so 40 euro oder 40 mark besser gesagt ich gehe nicht ich gehe nicht ihr klickt mich nicht wir haben sie getötet ach lass mich bevor ich dich besudelpuppe esse ich erst ne Nudelsuppe ja jetzt sind wir uns wieder runtergefallen erst mal was trinken auf dem Schock hier aus der leckeren Müheltasse nein 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 naja ganz Taskmaster Excuses moa Du siehst nicht gut aus. Ja, gut. Ich war in Ihrem Kopf, hab Ihre Erinnerungen erlebt. Da war ein Ausbruch vor 75 Jahren. Genau wie das, was im Gefängnis passiert. Vor 75 Jahren. Wir tüteten alle, um es einzudämmen. Alle. Okay. Das sind keine Unfälle. Es ist immer gleich. Ah, das ist Black Island. Europa. Och, er schon wieder. Den hab ich doch schon mal getötet. Blödes Kackfiel. Fuck, Alter. Geh weg. So, schnell. Oh, oh, oh. Lass mich, lass mich. Oh, schnell, schnell. Oh, Waffen wechseln ist kurzen schwierig. Aue, auue. Okay, okay. Lass mich. Oh. Auf engem Raum ist es ja noch schwieriger. Matschepampe. Da hat er noch einen Bruder, der genauso aussieht. Gibt's das? Hoppala. Kampf im Herzen. Jo. So kann man ein Level starten. Danke. Können wir hier irgendwo. Scheiße. Die hat mich nicht. Ich will nicht drauf. Jetzt wird es nicht drauf geben. Ich sag dir mal. Oh, nur vier Schuss? Das ist nicht viel, ne? Hey, oh, hey. Komm. Oh, es kommen auch noch andere Viecher. Habt ihr gesehen? Renn, 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 renn. Nicht erst mal. Energy. Oh, oh. Oh, ich hätte ja vorher mal nachladen können, ne? Ich Idiot. Ah, ich hab keine Mundi mehr. Oh mein Gott, bist du in Lust. Gar nicht. Oh, oh, oh. Hey, 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 hey. Lust bis mir. Hey, hey, hey. Alter, Alter. Ich häng hier fest. Lass mich gehen. So, so will ich zuerst sterben. Du? Nein, keine Position. Alter. Lauf. Hau dir aufs Maul, Alter. Oh. Er mir auch. Aber keine Mundi. Und das mit dem Lost hat doch perfekt gepasst. Aber hallo. Oh, oh, weg. Ah, guck mal, wie fies ist das denn? Ich hab's gar keine Gelegenheit wegzuwenden. So. Ah ja, okay. Hörst du auf. Und weiter, und weiter, und weiter. So, andere Waffe. Jo. Hey, hey. Ausgetrickst. Weg. Man kann doch irgendwie ausweichen, ne? Ich weiß nur nicht mehr, wie. Boah, ich muss mich irgendwo verstecken, wo ich Energie zu mir nehmen kann. Oh, fuck, Alter. Schnell, schnell, schnell. Schnell, 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 schnell. Schnell. Ui, 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 ui. Ich kaufe mehr, ne? Oh, 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 oh. Hab ich noch mehr? Nein, ich hab nichts mehr. Können wir bitte gehen? Nee, hör mir zu! Können wir bitte gehen? Wohin? Weg! Auf oben! Diese Pisse hier, kein Bocker! Alter, alter! Hey, schulisch! Ja, ja! Dein Motherfucker! Ja, Matsche, Matsche! Boah! War er das? Nö! Ach du Scheiße! Gedanken des Streamers, wenn er merkt, dass es mit der Munition ähnlich reicht. So, jetzt muss ich jetzt mal suchen. Wir brauchen alles. Schau mal hier. Hier ist was. Sturmgewehr Munition ist schon mal gut. So. Lass mal hier nachladen. Dann hier nachladen. Ach, da steht sie wieder. Danke für die Hilfe, Lady. Alles durchgeladen. Alles durchgeladen. Okay. Blöde Kuh, ne? Wir fangen einen Weg an die Oberfläche. Hey, war das in Ordnung? Ich wusste nicht, dass man Erinnerungen so übertragen kann. Diese Implantate sind im Gehirn. Es ist wie das Kopieren von Dateien. UJC zwang alle Nebenarbeiter eine frühe Version des Chors zu tragen. Wie war das? Komisch. Wie war das? Oh. Wie war das? Wie war das? schock so ein bisschen gesundheit war nicht verkehrt die mich zu dann auch noch was liegen kein medipack was soll doch nicht so warum kann ich nicht rennen weil wir noch mitten in einer gespielten cutscene sind oder kommt klatschen aus die hand sieht man aber doch ein bisschen spiegel und sieht man nicht dass ich noch einen kurzschluss in der neuen maus krieg sonst nichts platz haben wir noch einen platz haben wir noch damals zum fall eine vier mann und wir kommen dann mit notfalls verkaufen oder bringt aber ein schluck trinken hier so führst du mich hin okay und was wir hier gucken aha energie im bundler das gibt mani Ne, ich kann ihn fänden, will er nicht Okay Dann laufen wir halt